Ja, war ja klar. So, fahr. Kollege, fahr. Wie fährt man mit dem Fahrrad? Hallo? Hallo? Kannst du mal fahren? Was ist los? Hallo? Kannst du bitte mal fahren? Wieso fährt er nicht? Fahr los! Guten Tag, liebe Freunde und damit herzlich willkommen hierzu Let's Hang Up GTA V, die Nummer 2 Ja, wir müssen hier zwei Sparten an einem bestimmten Punkt absetzen Diese beiden hier haben nämlich einen Laden ausgeraubt Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt wirklich ein Laden war oder keine Ahnung, irgendein Behörden Gebäude, ich weiß es nicht Auf jeden Fall, irgendwen haben sie ausgeraubt und ich habe ihnen bei der Flucht geholfen hab den Fahrer gespielt und jetzt werde ich sie hier irgendwo absetzen um danach Franklin zu besuchen Denn Michael und Franklin sind richtig dicke Kumpels geworden Und ähm, ja Im letzten Part haben wir mit Trevor zusammengearbeitet Wo bin ich denn jetzt hingefahren? Mann, oh Mann, oh Mann Der Wagen ist auch ziemlich im Arsch Aber die Flucht war dafür erfolgreich Im letzten Part sind wir mit unserem alten Freund Trevor ähm, auf Rettungsmissionen gewesen Trevor und Michael haben sich ewig nicht mehr gesehen Michael hat damals Scheiße gebaut Trevor sollte ihm dafür eigentlich ähm, kaputt prügeln Stattdessen sind die beiden Bros wieder richtig dicke äh, sozusagen eben Bros Und, ähm, ja Jetzt können wir Trevor jederzeit besuchen und, äh, mit ihm abhängen Keine Ahnung, was da auf uns zukommt Für mich ist er jetzt auch blind Äh, aber jetzt besuchen wir gleich erstmal Franklin So, Kollegen Wollt ihr jetzt mal aussteigen? Hier ist dein Scher, Bro Denk an mich Packer McCreery von Dukes LC Cool Äh, jetzt haben wir Es gibt ja Raubüberfälle in GTA 5 Da könnt ihr gewisse Leute einstellen für diesen Raubüberfall die euch dann helfen Also es sind ja mehrere vonnöten Es gibt Hacker, Fahrer Allgemeinbewaffnete Dies und das Und wir haben gerade, äh, jemanden freigeschaltet Eine, eine Person von den beiden Wusste ich nicht, dass das geht Ähm, ich weiß nur bei meinem Oh, Tracy ruft an Meine Tochter Hey Trace, was ist denn? Was ist denn? Bist du schockst? Du ruft mein Leben Das sagst du jedes Mal Ja, ich dachte, ich hätte bereits ruft dein Leben Never after that boat thing Take this seriously Do you know how bad I wanted that? Famer shame is like An amazing opportunity You're such a fucking fuck You really are You'll get over it You'll see I did you a favor Never I hate you Klassiker Ein richtiger Tracy Klassiker So, jetzt werden wir mal Franklin Die alte Socke besuchen Okay Irgendwo hier ist er Genau Wir haben Gott sei Dank jetzt noch einen coolen Wagen Um bei Franklin mal wieder Eindruck zu schaffen Eindruck zu machen Okay Was an Franklin richtig cool ist Der hat einen Hund Das finde ich geil Komm als Franklin wieder um diese Mission zu starten Ach so Ach so, ach so, ach so Scheiße Mist Okay Okay Dann werden wir jetzt mal zu Franklin wechseln Mal sehen Da ist er Der gute alte Franklin Und Ach stimmt Ich glaube man kann immer nur Ich glaube Franklin Macht dann eben die Franklin Mission Michael muss zu den M Missionen So war das Ich komme jetzt gerade ein bisschen Ist ja jetzt auch scheißegal So Kacke Ah da ist Franklin Der ist scharf auf das Motorrad Dann holen wir uns das gleich mal Na gut Dann zocken wir jetzt mal eine Mission mit Franklin Finde ich auch cool So Aber ich will lieber den Wagen Ach Franklin Na egal Ich habe eine Gelegenheit für dich Triff mich am Del Perop hier Genau Lester ist so Der kluge Kopf der Von Franklin Also der Gruppe um Franklin und Michael Der hat auch den Raubüberfall komplett geplant Ähm Mit dem wir dann eben diesen Typen ausgezahlt haben Die 2 Millionen So Und der bietet jetzt auch Franklin Ähm Einen Job an oder sonstiges Aber wir gehen jetzt zur Franklin Mission selbst Hallo Gib ein bisschen Gas Und ich denke Ich werde hier jetzt auch nicht so einen großen Fail anrichten Normalerweise bin ich ein ziemlich Guter Fahrer Auch in Halo Ähm Fahre ich eigentlich am liebsten mit dem Bartok in der Gegend rum Jetzt auch in der Battlefield 4 Beta Apropos Wie findet ihr die so Ähm In der Battlefield 4 Beta Bin ich auch die ganze Zeit nur der Fahrer gewesen Es macht mir einfach am meisten Spaß Ich weiß auch nicht warum ich nicht so Sachen wie Forza oder sowas zocke Ähm Weil ich glaube das ist echt mein Ding Ne nicht Forza Project Gotham Racing Das wäre so mehr mein Ding So Simulationen Keine Ahnung ob das was für mich ist Ähm So Jetzt reicht's mir Jetzt fahre ich hier in der Gegend rum Labere Nichts passiert So Wir werden jetzt die Franklin Mission machen Mit Navi Okay cool Das sieht so cool aus Cooler Typ Los geht's Was gibt's hier Achso Aha Okay Die Typen pusten wir weg Wir wollen nämlich die Kohle Cool Auf Wiedersehen Den Wagen nehmen wir an uns Scheiße Scheiße Kann man hier rein Kann man hier rein Oh bitte Ich muss mit dem Wagen weg Wie macht man den Wagen auf Oder muss man den aufspringen Kacke Ich bin so ein Trottel Ich bin so ein Trottel Kann man hinten aufmachen Oh bin ich blöd Nein Oh bin ich scheiße blöd Los Franklin Weg hier Weg hier Weg hier Oh scheiße Komm 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 Ich weiß gar nicht ob L und R drücken Hier auch in GTA 5 was bringt Aber ich mach's einfach mal Komm gib Gas Kollege Scheiße Ich konnte das Ding nicht aufkriegen Keine Ahnung wie das geht Oh wow Was ist denn jetzt los Ein Reifen geplatzt Oh diese Dreckskerle Haben mich voll erwischt Oh Oh So ein Dreck Ey Alter Ich werde nie zu einer Mission kommen In diesem LHU Ich schaff es einfach nicht Jetzt Okay Ich hau erstmal vor der Polizei ab Ähm Warte Moment mal Moment mal Ich werde mal den Punkt hier sichern Ah ne Der Wagen ist verloren Ich hab's vermasselt Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben Wie man das normalerweise gemacht hätte Wahrscheinlich mit einer gewissen Ausrüstung Äh Granaten Oder irgendwelchen C4 Sprengsätzen Oder so Die hab ich aber nicht Soweit ich weiß Oder Muss ich gleich mal gucken Wenn ich ausgestiegen bin Oh jetzt reicht's aber Ich will hier weg Scheiße Er ist schon echt geil gemacht hier Also alles einfach Auch so die Atmosphäre Die Cops Ich finde dieses neue Prinzip auch geil Dass man Ähm Dass die Cops noch da sind Also man wird noch gefahndet Aber die müssen schon irgendwie Die haben diesen Sichtpegel Und müssen einen schon richtig entdecken Er ist eine richtig gute Idee finde ich Macht auch einfach Spaß So vor der Polizei wegzufahren Und es ist auch herausfordernd Schon ab zwei Sternen hat man manchmal so seine Probleme Drei Sterne sind schon so ein bisschen Äh So ätzend Positiv ätzend Es muss ja einfach so sein Die Polizei muss einem ja im Nacken sitzen So Ich bin heute ein zu guter Mensch irgendwie Okay weiter Mann oh Mann ey Ob wir heute Ob wir überhaupt in diesem Let's Hang Up Noch was geschissen kriegen Keine Ahnung Aber ihr sollt ja auch einfach Eindruck vom Spiel gewinnen Und ich finde es einfach Ist es auch ganz unterhaltsam Ja genau Genau Jetzt bleibe ich hier daran hängen Die Polizei sieht mich mal wieder komplett Oh das gibt es doch nicht So jetzt haben wir einen Das erste Opfer in diesem Video Ah ne Ah ne Ich habe ja eben die beiden Sicherheitsleute abgeknallt Das hätte ich mir total vergessen Boah alter Das geht ja voll ab Oh ey Alter das nervt gerade echt ein bisschen Ich komme hier nicht mehr weg ey Und der Wagen ist so im Arsch ey Ich würde Hätten die mir nicht den Reifen zerschossen Wäre ich jetzt wirklich über alle Berge schon Oh shit Das muss ich noch ein bisschen üben Da bin ich noch nicht so So fähig zu Ich versuche gerade mal was Moment Einen Moment Einen Moment Einen Moment Kann man das kaputt machen? Ne also in die Luft sprengen Geht natürlich nicht Hier funktioniert nichts Dann gebe ich einfach mal ne Abkürzung Macht's gut Ihr Drecksäcke Da ist Pastor perfekt Komm fahr da auch rüber Ah Pass Och kacke Und die haben es auch noch geschafft Also einer Ey ja gut War jetzt auch nicht so schwer Kacke Weiter Ich will gar nicht wissen wie oft ich kacke gerade schon gesagt habe Okay Wo sind wir denn im Moment? Es ist echt Wahnsinn Wie groß diese Spielwelt ist Das soll schon was heißen Wenn man eine Landkarte mit Mitgeschickt bekommt Zu dem Spiel Was heißt mitgeschickt? Ich habe es mir ja beim Saturn gekauft Es ist schon Wahnsinn Aber gut Rockstar macht das ja immer Die haben ja auch bei Bully die Ehrenrunde Oder Khan ist Khan im Edit Wie es ja auch früher hieß Oder wie es für PS2 heißt Da haben die ja auch schon Ne Karte mit reingepackt Das ist einfach großartig Weil Das schafft eben auch dieses Realistische Weil man irgendwie schon denkt Man befindet sich wirklich in so einer Welt In der alles lebt Wenn man so eine Karte Und ich weiß nicht Das ist so dieser Effekt Der bei mir ausgelöst wird Ich kann es nicht näher beschreiben Ja wir hauen jetzt einfach Moment Wow Wir haben jetzt die Chance es zu schaffen Oh jetzt ist uns auch noch der zweite Reifen geplatzt Moment Na Es funktioniert gerade einfach nicht Ärgere ich mich gerade ein bisschen Weil normalerweise Kann ich doch ein bisschen mehr leisten Weil es sind eben auch diese einzelnen Augenblicke Wo man so denkt Boah das habe ich jetzt ziemlich geil hingekriegt Aber die kommen natürlich nicht Wenn man aufnimmt Ne Der Wagen ist komplett im Eimer Wir können uns ja so lange einen neuen holen Aber ich bin doch wählerisch Muss ich zugeben Moment Ja Wir sind die Polizei los Und jetzt gucken wir einfach mal Ich hätte gerne so ein So ein richtig geiles Geschoss Das Die mag ich nicht So diese älteren Fahrzeuge So auf Guis gemacht Ne Mag ich nicht Nö Ah der Der gefällt mir Der gefällt mir Äh ok Ist glaube ich genau der gleiche Wagen wie vorhin Na komm Komm zum Stehen Ah scheiß Wir sind doch mitten auf dem Freeway Ey Ich Dulli Moment 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 Nein Nein Ich gebe mir jetzt noch eine Minute Um ein Fahrzeug zu finden Dafür überziehen wir auch für eine Minute Na komm Was richtig fein ist So seht ihr wenigstens mal die Fahrzeugauswahl Es kommt aber auch immer ganz auf den Bereich hier in GTA 5 an Es gibt Bereiche Da gibt Da sind völlig andere Fahrzeuge Zum Beispiel Trevors Heimat Sag ich mal Da Ganz andere Fahrzeuge Alles total Äh Widerlich Und äh Doch irgendwie cool Ja jetzt habe ich Jetzt habe ich So auf Wiedersehen Raus mit dir Ja bei Trevor Halt so überall Trecker Und äh Irgendwelche Was weiß ich Ähm Verrosteten Maschinen Die Comp Speed drauf haben Aber umso mehr Ladefläche besitzen Ah cool Ja das Ding geht ab Das gefällt mir Sehr schön das Teil Okay Da komm Da komm Da komm Find die Kontrolle Man ist da Du bist auf Sendung Mann oh man oh man Alles klar Da bin ich jetzt mal gespannt Was Trevor so für Probleme hat Also Wie gesagt Trevor ist so dieser Typ Der will eben Der will Genau das Gegenteil von Michael eigentlich Der will richtig diesen American Dream ausleben Während Michael gerade so Geld Naja und so ne Also der ist natürlich auch geil aufs Geld Aber irgendwie Das ist sein jetziges Leben Seine Frau betrügt ihn Er hat irgendwie auch keinen Bock auf sie Irgendwie funktioniert das alles Die ganze Show sind nicht bei ihm Franklin hingegen will Kohle Der will einfach Der will einfach dieses Image Der hat einfach Bock auf dieses High Society Leben Kann auch jeder nachvollziehen Glaube ich Also es ist schon ein echt cooler Gedanke Und ich wünsche ihm natürlich viel Glück dabei Und ich werde das Spiel ja auch auf jeden Fall durchsuchten Ähm Da will ich dann Würde ich dann mal Also bitte nicht spoilern in den Kommentaren oder so Weil Ist ja nun auch schon etwas länger draußen Und äh Der ein oder andere hat es hundertprozentig schon durchgenudelt Das Game Ähm Diese Info Will ich doch gerne selber rausfinden Ich würde gerne mal ganz kurz abschecken Was das da für ein Zeichen links von mir ist Moment Was denn das Wo ist denn hier das Zeichen für den Totenkopf Was ist denn hier der Totenkopf Fahren wir da mal kurz hin Können wir machen Weil der Totenkopf ist hier nicht abgebildet In der Legende Bin ich gespannt Ein Totenkopf Aua Ja war klar Genau Sowas passiert Herrlich Mit Allradantrieb hätten wir es vielleicht gepackt Aber so Funktioniert das nicht Und einen neuen Wagen besorgen Vielleicht finden wir ja einen beim Totenkopf Vielleicht ist er ja was Gutes Auf geht's So Trevor Du musst dich sowieso mal ein bisschen bewegen Was ich auch noch ganz cool finde Die Charaktere können sich trainieren In unterschiedlichen Disziplinen Sag ich mal Das habe ich in GTA 4 ein bisschen vermisst Das war ja auch in San Andreas schon richtig geil gemacht Dass man wirklich ins Fitnessstudio geht Und sich ein bisschen aufpeppen kann So Hier haben wir was Der Totenkopf Okay Äh Da haut irgendwas ab Jemand muss ihn aufhalten Ich habe gerade das andere nicht gelesen Aber wir werden ihn aufhalten So Trevor Wagen auf Dann war das ein Ereignis Ein ziemlich komisches Ereignis Ähm Vielleicht erklärt Ihr könnt es mir ja mal erklären In den Kommentaren Ich weiß gerade nicht was der Totenkopf ist Vielleicht Ich habe es mal irgendwo gelesen Oder so Ich weiß es gerade nicht So den hole ich mir Das war ein Fahrzeug ne Der ist ziemlich schnell Ja da ist er Ne das ist er gar nicht Ach der ist auf dem Fahrrad Ja dann ist das kein Ding So Guten Tag Ach scheiße Das war Boah bin ich Boah bin ich in diesem Part lahm und kotzig ey Kotziger Skill Cool Guten Tag So Kollege Genau Fahr mal über einen rüber Ist ja eh tot ne So Gib mal deine Kohle her Achso Ach es geht um das Fahrrad Nicht um ihn Äh ich gehe mal auf Nummer sicher Ich habe irgendwie Angst Dass das Arschloch Hier noch irgendwie auf dumme Ideen kommt So Ach ich habe eine Idee Ich werde mal meinen Wagen opfern Um ihn Aus dem Weg zu schaffen So Kollege War schön mit dir Aber man muss immer auf Nummer sicher gehen Das Leben ist nun mal kein Ponyhof Und das weiß jeder So Hier schön rüber Überall schön den Alkohol Den Alkohol Das Benzin Genau Hier noch so schön den Wagen entlang Wow das bleibt sogar richtig haften Eine richtig schöne Sache Moment So Ja auch noch Sehr schön Ehrlich Richtig schön viel Bloß nicht geizen Man will ja auch was erreichen So Und jetzt werde ich Genau Mich schlau fallen lassen Und meine Waffe zücken Feuer Eigentlich müsste es jetzt brennen So Jetzt brennt es Cool Jetzt schauen wir mal Und jetzt da weg vom Fenster Und wir fahren mit dem Fahrrad zurück Aber vorher will ich die Explosion sehen Wollen wir mal Cool Alles klar Und der Typ ist nur noch Matsch Dann holen wir uns jetzt aufs Fahrrad Und bringen es dem Besitzer zurück Und wagen uns endlich An die Franklin Mission ran Ja war ja klar So Fahr Kollege Fahr Wie fährt man mit dem Fahrrad Hallo Hallo Kannst du mal fahren Was ist los Hallo Kannst du bitte mal fahren Wieso fährt er nicht Fahr los Ach Okay Fahrrad und Ach A gedrücktheiten A gedrücktheiten Und nach vorne Das wusste ich nicht Ich bin noch nicht einmal mit dem Fahrrad gefahren In GTA Okay dann hauen wir jetzt mit dem Rad ab Sehr cool Habe ich auch noch nicht gemacht Aber trotzdem Totenkopf sagt mir jetzt nichts Ich weiß nicht mal ob es ein Totenkopf war So Scheiße Scheiße der Oh Dieses Oh mein Gott Was ist denn das für eine Polizei Ich hatte einen Stern Ich hatte einen einzigen Stern Wieso haut der mich denn weg Die hat mich verdammt nochmal einzukesseln Und ich ab Da mackelt der mich ab Wie sonst was Du blöde Sau Das gibt's doch nicht Meine Fresse ey Jetzt reg ich mich auf Was sind das für ein Polizist Das ist voll das Arschloch Dem zeige ich an Wenn er nicht so ein 0815 Typ wäre Kacke Jetzt seht ihr mal wie man aus dem Krankenhaus kommt Äh Wir sind mit zwei Gebrochenen Fingern Dort angekommen Wurden jetzt Vollends geheilt Es hat uns mal so eben 2000 Taken gekostet Gut das bezahlen wir ja mal so eben Aus äh Ne Aus unserer Kaffeekasse Gar kein Problem So Wir machen jetzt die Franklin Mission Glaube ich zumindest Ich weiß ja nicht was jetzt noch so Ihr merkt schon in GTA Kann man sich richtig extrem beschäftigen Es passieren so viele Sachen Und mir macht es auch riesig Spaß Manchmal könnte ich nur so ein bisschen austicken Bei den Dingen die passieren Ah der Wagen ist aber schon fein Wenn man erstmal so drin sitzt Doch das ist eine andere Welt Wo die Musik ein bisschen brutal ist Moment Radio aus Nein Was haben wir hier Blue Arc Nein danke World Wide Naja Haben wir nicht sowas wie Pop oder so Oder Rock Haben wir Rock Rock Radio Okay Wir steigen aus Und können endlich Unserer Mission nachgehen Okay cool Los geht's Franklins bescheidene Wohnung Er wohnt da mit seiner Frau Die ihn über alles Hasst Das ist irgendwie Gang und gäbe Bei GTA All our prayers Have been answered Well Hello I don't wanna know Franklin What the fuck I mean What the hell Going on here Wait a minute Franklin What are you doing here I live here This half my house too So you stay Anyway Magentia is reinvigorating My femininity So make yourself scared Boy Go Go With pleasure Go Good And stay out of trouble Yeah yeah I bet you ain't no more of a man than me I hear that Gangsta shit nigga Look who's bizzack Who's had it with it man Oh no no Show some respect here nigga That man he couldn't hold down his back Come on now Damn man I gotta spend my day with another middle aged fool Trying to recapture his you What this fool just say I miss you dog Oh oh You miss me huh Nah I ain't miss you You ask her to stay gone for good So I fucked your girl Mugged your mom And better yet I ain't thought about your ass in years Ha ha You got jokes now huh Hey but I see you doing well for yourself Check that on out Shit I'm doing just fine That's what I hear But I know some sweet boys up in the pen That got bigger balls than you You been doing your time looking at sweet boy balls Yeah it's good to have confirmation This funny fuck Why you keep hanging around this clown L Shake this fool man We from the same set stretch Why y'all niggas can't get along Y'all been doing this shit for years man You know what dog It's good you back home Glad you here Missed you boy Damn you definitely got hit up inside Hit up? Hey hey Yo motherfucker I know little niggas like you been turned out on the daily Talking about being hit up nigga I swear man You ain't got no motherfucking respect Motherfucker I got respect for reality Reality Alright Alright you keep thinking that Just keep thinking that nigga Shit You gonna get yours Fuck you I swear man Sprizettes Come on man Cool out Chill man This motherfucker get on my goddamn nerves This nigga get on my nerves too man Part of the nigga charm man F come on man This is muscle movement man You gonna drive or what Drive where Pick up this eat nigga Why Business nigga Real business Come on Y'all niggas act like girls Shit Not me Shit Okay Dann holen wir uns ein paar Wummen Zum Waffenladen Und ähm Ich mach Schluss Für heute Leute Und wir sehen uns im nächsten Part Part 3 von Let's Hang Up GTA 5 Ich hoffe es hat euch gefüllt Äh ich hoffe es hat euch gefallen Ähm ja Und dann noch einen schönen Tag Macht's gut Tschüss Und dann noch einen schönen Tag Erstmal Sch